Musik Hier sind wir jetzt in der Ausstellung, die zum ersten Mal österreichische Schriftdesign zeigt, nachdem wir viele Jahrhunderte keine Tradition hatten in Schrift. Und es war unser Anliegen, dass wir die Menschen zeigen, die das machen und diese Selbstverständlichkeit nehmen, dass Schriften einfach auf einem Computer liegen und keinen Ursprung haben und auch kein näheres Konzept, sondern einfach selbstverständlich vorhanden sind. Und diese Selbstverständlichkeit, die wollen wir relativieren.